Das Schicksal des Teams hängt vermutlich stark von mir ab. Natürlich tut es das. Ich habe enorm große Ambitionen. Ich weiß, wenn jedes Detail stimmt, können wir richtig gut werden. Und worüber wir hier sprechen, dass es sehr wichtig ist, mich zu unterstützen, damit das Team funktioniert. Das ist für mich das erste Team, wo du dich am Tisch umsiehst und es keinen gibt, neben dem du nicht sitzen willst. Du hast Lust, dich mit jedem zu unterhalten. Denkt ihr, dass ich hier jeden Tag von 8 Uhr morgens bis 12 Uhr nachts mit euch nur so zum Spaß verbringe? Ich tue das, weil ich verdammt nochmal das beste Team der Welt haben will. Holy moly. Nach diesem Trainingslager wird Rennfahren eine Spazierfahrt sein. Nicht gut? Doch, doch, das ist gut. Über dem Wasser bleiben. Sollen wir Englisch oder Italienisch sprechen? Englisch. Ja? Ja. Ja, ich glaube Englisch. Okay, wir versuchen es mit Englisch, ja? Wir versuchen es mit Englisch. Ja. Er ist ein Star. Er wird die Tour de France gewinnen. Das gehe ich für den Teller. Hey, du musst mich verstehen, Carlos. Und du musst mich verstehen. Ich bin hier, mit dir zu arbeiten. Ja, ja, ja. Dann überlegst du, ob es gefährlich ist, dass es in meiner kleinen Show Statisten gibt. Ja. Es könnte ein bisschen Regen auf der letzten Steigung geben, aber wir bleiben verschont. Ja. Ich bin hier, mit dir zu ihnen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020